Die 7 besten Pendel, um Wasser zu finden Ich bin sehr zufrieden mit dem Obstschäler Sparschäler Universal Schäler mit Stainless Blade. Der ergonomische Silikongriff liegt gut in der Hand und erleichtert das Schälen von Gemüse, Kartoffeln und Karotten. Die Klinge ist sehr scharf und schnittig und ermöglicht ein präzises Schälen. Die drei verschiedenen Farben machen es zu einem attraktiven Küchenhelfer. Ich kann dieses Produkt wirklich empfehlen. Das MoveMate Tennis Trainer Set mit Wilson Tennis Ball ist ein innovatives Ballspiel für draußen, im Garten, im Park für Kinder und Erwachsene. Es kommt mit einer Transporttasche und Übungsvideos. Ich habe es vor ein paar Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist einfach zu installieren und die Übungsvideos sind sehr hilfreich. Ich kann es jedem empfehlen, der gerne Tennis spielt. Es ist ein großartiges Produkt und es macht viel Spaß, es zu benutzen. Dieses National Geographic Edelsteine und Fossilien Set ist einfach großartig. Es enthält 200 Teile, darunter Geoden und echte Fossilien, Rosenquarz, Jaspis, Aventurin und viele weitere Kristalle und Edelsteine. Es ist ein großartiges Spielzeug für Kinder, um ihre Neugier zu wecken und ihnen die Grundlagen der Geologie beizubringen. Es ist robust und langlebig und kommt in einer schönen Geschenkbox. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir den Liu JZJ Amityst Schmuck Harz Edelstein Pendel gekauft und bin sehr zufrieden. Der Pendel ist sehr schön und hat eine tolle Farbverlauf-Heilsteine Vintage Blume Wire Wrap. Es ist auch sehr leicht und bequem zu tragen. Ich liebe es, es als Reiki-Heilung, Dowsing, Screwing und Balance Armband zu verwenden. Es ist sehr effektiv und hilft mir, meine Energie zu balancieren. Ich empfehle es jedem, der nach einem schönen und effektiven Pendel sucht. Ich habe gerade das Handmade Quadrat Molds Griff Tablet Silikon Untersetzer DIY Basteln Schablonen Pendel Silikon Form Epoxid Harz Resin Mold Handgemachte Crystal Glue Handwerk Molds für Achat Untersetzer Schüsselmatten gekauft und bin begeistert. Es ist super einfach zu bedienen und die Qualität ist ausgezeichnet. Ich habe es für mein DIY-Projekt verwendet und es hat mir sehr geholfen, meine Ideen zu verwirklichen. Ich kann es jedem empfehlen, der ein qualitativ hochwertiges Produkt sucht. Es ist eine großartige Investition und ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe gerade das Silikon Weinregal Untersetzer DIY Basteln Schablonen Mold Harz Form Pendel Epoxid Harz Glue Molds Handwerk Blatt Ethernetri Handmade Wolkenform Gießform Set für Achat Untersetzer Schüsselmatten gekauft und bin sehr zufrieden. Die Schablonen sind sehr gut gemacht und die Formen sind einfach zu bedienen. Ich habe einige Untersetzer gemacht und sie sind wunderschön geworden. Sie sind auch sehr langlebig und können wiederverwendet werden. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der gerne bastelt und schöne Untersetzer machen möchte. Es ist ein tolles Set und eine gute Investition. Ich habe mir die Wanduhr Wohnzimmer über große Schwinghirsch Kopf Wanduhr 20 Zoll gekauft und bin sehr zufrieden. Sie ist stumm und es gibt kein Tickendes Geräusch. Der handgefertigte Eisenrahmen sieht modern und einfach aus. Sie passt perfekt in mein Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro. Ich kann es nur empfehlen, es ist eine sehr schöne Dekoration für mein Zuhause. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.